Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Call of Duty AW. Ich bin's, der Max und wir zocken da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Denn wir sind in einer Schule gerade und wir suchen einen Doktor, der diesen Terroristen mithilft. Und jetzt muss ich mich ganz kurz konzentrieren, denn hier ist ein Feinde. Mann! Da hatte ich noch mal Glück, dass das keiner gehört hat. Weiter, weiter, weiter. Ich finde, das Spiel, das packt mich richtig mit. Shit. Hä, da war gerade einer. Habt ihr den auch gesehen? Ja, yo, alles klar. Oh, was ist das? Wahrscheinlich Flugzeuge von Atlas. Oh, Dreck. dann treffen wir uns mal mit Gideon Oh man, bin ich ja schon, komm schon Mixer Scheiß Kaufer, oh Ah Wichser Dann mach mal Noch jemand? Verstanden Sicher Ich bin schon unterwegs Beinahe Was sehe ich denn da? Geheime Daten Sicher, sicher, sicher H245 Oh man Was? Was? Das ist Overtrial Oh man, ich bin mir grad gar nicht mehr klar Was ist denn das gerade gewesen? Mann, 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 Mann Ich bin grad gar nicht auf die Steuerung klar gekommen Ah, das soll das nicht so Nein, geh weg Und nie Ah, jetzt durfte ich den Hund töten Typisch, ey Was sind die Wichser, die dazu erzogen haben Geheckt Oh Arschloch Verstanden Feuerfreigabe Und weiter vorrücken Und weiter vorrücken Oh Gideon Muaahm 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 Da sind sie Bewegung Mh, was ist denn das? Dann schnappen wir ihn jetzt doch mal Oh, da hinten müssen wir hin Oh, da hinten müssen wir hin Ah Ah Hat richtig heavy gebrochen Dann schieben wir mal den Wagen Um bessere Deckung zu haben Joka, du sollst uns Deckung geben Feuerschutz Komm Gideon Drücken wir mal weiter vor hier Oh, oh Shit Granate Oh, oh Mann, 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 Mann Nein, 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 nein Diesmal gehe ich nicht drauf Vergiss es Ich bin schon einmal drauf gegangen Das hat es mir schon gereicht Na komm schon, das schaffen wir noch Peng, 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 peng Ups Lass mal weiter vorrücken Feuer, 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 Feuer Ich habe dich, haftig und den habe ich auch Und den und den und den und den Safe Liebe Leute, wir machen mal im nächsten Let's Play weiter Damit verabschiede ich mich von euch Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Lasst einen Daumen nach da, wenn es euch gefallen ist Wenn nicht, dann gibt einen Daumen nach unten Aber schreibt uns in die Kommentare Warum es nicht gepasst hat Dann machen wir das beim nächsten Mal besser Ja, viel Spaß noch Bei den anderen Videos von meinen Kollegen Und wir sehen uns in der nächsten Folge Haut raus